Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trials. Mit dabei ist der Despin, der Dasmarker und der Robert. Moinsens. Was geht los da rein? Was geht los da rein? Wart man's halt. Ja, nach einem Monat Abstinenz von Twiles bin ich jetzt wieder mal dabei. Wollen wir mal sehen, ob man das auch sieht, diese Abstinenz. Oh, ich hab keine. Alter, fängt das schon wieder an. Nein, wir können ja hin. Wow, scheiße. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Oh, scheiße. Wow. Aha. Oh, shit. Robert hat mir gestern, der hat mich vom Flughafen abgeholt. So ist es. Und hat mir eine Kampfansage gemacht. Ja, denn ich bin in der Relta gemäß. Nein. Fuck. Ich glaub, knapp 1000 Plätze vorm Krieger. Ich hab da ordentlich aufgeholt. Ich war auf 11.000 oder sowas. Hab dann jetzt mal ein paar Maps, wo ich auf Platz 200.000 war, weil ich sie einfach nach dem ersten Zocken nicht nochmal gezockt hab. Verbessert, sag ich mal. Und hab mich somit mit 1000 Plätzen vor den Krieger katapultiert. Oh. Worauf ich ganz... Nein. Fuck. Ganz besonders stolz bin. Ich hab heute so eine kleine Runde die Riesenroute ausprobiert. Eine Runde gespielt. Kirsche. Fuck it. Wer ist letzter? Moi. Nein. Oh ja, gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist doch nicht. Der fällt jetzt da hin. Ja, alles klar. Jawohl. Ne. Du sollst dich ume nennen, das Marker-DNF. Tschau, das Marker. Na, wenn ist der eine fette, aber? Der Marker hat fett recht. Aber ich hab den Anfang verkackt. Mann. Ich kenn sie ja auch nicht. Ich kenn sie ja nicht. Weiß. Rea, du kannst die? Oder kannst du nicht? Ich kenn sie auch. Und Desmond, du kanntest die, oder was? Nein. Also ich habe für die Leute, die es wissen wollen, alle Maps genommen. Ich bin auf Maps suchen gegangen. Trials im letzten Monat. Und schwer. Ja. Ja, klar. So, Krieger, dann mal ein Schwank aus deinem Leben. Was fandst du am geilsten, wenn man das so... In Amerika, aus deiner Tour... Wenn ich... Wenn man das so... So... Wenn ich das so fragen darf, ohne dabei irgendwas vorwegzunehmen. Es waren viele coole Sachen. Wir sind ja ungefähr 4.000 Kilometer gefahren, oder 3.500 Kilometer gefahren. Immer, immer neue Destinationen. Das war schon schön. Das hat schon Spaß gemacht. Dann natürlich so Erfahrungen gesammelt, wie jetzt mit dem Schießen. Ähm, was man nicht... Was nicht alltäglich ist, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Das war halt schon... Ja, mal interessant. Interessant ist gut. Also das Ding, das Kaliber, das du da hochgeladen hast, das hatte ja einen angenehmen Bums, sag ich mal. Ja, Käpt'n Bums hat sich... Galane! Was? Ja, siehst du, das ist die Kacke, wenn ich seinen Schatten nicht sehe. Hör'n hier rum. Daran liegt's bestimmt, Robert, dass du verloren hast. Ja. Ich hab noch gar nicht verloren. Du siehst ja in Desmond, du siehst ja in Desmond'schen Schatten. Ah, Desmond letzter. Fick dich. Desmond soll sich unbedingt... Ja, darin liegt's. Darin liegt's bestimmt. Ey. Nein, DNF Desmond, oder? Ja. Ja, also IDNF. So das beeindruckend war halt die Fahrt durch Yosemite, das war halt, das ist halt ein riesengroßer Nationalpark. Ich wär so gerne dabei gewesen, ohne Scheiß. Das ist der Hammer gewesen, also du fährst um eine Kurve, alles noch so schön, kleine Bäumchen und ein paar Hügelchen. Und dann kommt auf einmal so ein 3000 Meter hoher Berg vor dir. Das ist schon geil. Ich fand auch, dass so diese ganze Panorama... Also ich habe eine Menge GoPro-Aufnahmen, wo ich einfach die Kamera vorne drauf gemacht habe. Ähm. Aufs Auto. Okay. So. Ähm. Und einfach nur dumm, ja, immer meilenweit geradeaus gefahren bin. Ich find's total geil. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es geil fänden, wenn ich das hochladen würde. Können wir mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das geht halt nur stupide geradeaus. Teilweise. Also einige gucken sich das mit Sicherheit an, nur... Es ist halt immer so, das ist, das muss ich auch, glaube ich... Äh... Weiß nicht, ob ich da Leuten aus der Seele spreche, oder... Das ist zum Beispiel das Panzerfahren. Das stell ich mir, wenn man's selber macht, glaube ich, mega spannend vor. Und macht auch richtig Bock, glaube ich. Nur... Oh, fuck. Nur, ähm... So richtig mega spektakulär... Sieht es jetzt nicht aus. Weiß ich auch nicht. Wir sind da, ich sag mal, doof im Kreis gefahren. Äh... Das war jetzt mal übergangsmäßig zum Need for Speed gedönst. Das war halt schon ein ganz anderes Kaliber. Hier. Nein. Hä? Der Panzer fährt halt... Schnellstens 45. Ja. Äh... Küche übrigens. Ah... F***. Der Panzer fährt halt maximal 45. Und ich glaube, so schnell haben wir ihn noch nicht mal geprügelt. Nee. Wir hatten wirklich Glück dabei. Ja, das Interessante ist mit Sicherheit, dadurch einen Matsch und über die ganzen Dinger zu fahren. Und dass du so viele Tonnen, so viele Tonnen bewegst. Und nein, gibt keine Punkte für... Ist das Marker ein F? Ja, und das Marker kriegt Punkte für. So. Der kriegt auch Punkte für. Okay. War schade, dass ich das mache. Halt den Mund. Halt den Mund. Ich kann nur, du Wutcher. Wutcher, 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 Wutcher. Wollte ich gar nicht sagen. Nee, aber an sich... Allein der Highway One an der pazifischen Küste entlang, der war schon geil. Dann Venice Beach, klar. Der Lambo, der Lambo, den wäre ich auch super gerne gefahren. Hm? Ah, fuck. Okay. Hä? Okay. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, fuck. Wo ist das Twiggy hier? Hä? Mann, ich explodiere immer. Nein! Was meint ihr? Was darf nicht berühren, damit der... Ich scheiße. Bitte? Du bist doof. Ach. Der Körper darfst, glaube ich, nicht berühren, ne? Ja, ich glaube, das Motorrad auch nicht. Du hast schon. Was auch mal explodiere ich denn immer, wenn das... Wie habt ihr denn das geschafft hier? Wo? Ja, diesen Seite rückwärts mit den beiden Löchern. Mit den beiden Löchern? Wo du rückwärts hoch springst und die beiden roten Platten sind. Eine unter dir, eine über dir. Äh, neben dir. Äh, ja, äh... Einfach den... Einfach den... Einfach hoch. Also ist mir auch Krieger? Einfach, einfach rüber. What the fuck? Oh, danke jetzt. Ah. Weiß genau, wie es geht. Oh fuck it. Ja, sicher. Was ist denn die Scheiße? Ja, hast du die Scheiße schnell geschafft, Robert hier, ne? Warum siehst du eigentlich, wo ich bin und ich nicht? So. Man, auch danke machen. Ach, f*** dich doch. Ja, sicher. Was soll man das denn machen? Ach, komm. Ja. Das geht nicht. Ja, dann kommen wir hierhin, weil ich noch an der Stelle, ey. Geht nicht. Das geht nicht. Oder ich... Check hier irgendwas total nicht. Alter. Ernsthaft? So sch... Alter. Ich glaube, nur das Moped da, nur der... der Fahrer darf die Scheiße nicht. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich darf verrühren. Man, ey. Ist das ein scheiß Checkpoint? Ehrlich. Ja, ey. Ich flippe hier aus mit dem... Kraft hat nicht. Hi, hat nicht. Das Marker, wie geht das? Ist... Wenn ich das wüsste, ey. Sag, ob du bist wieder rausgekommen. Ich bin jetzt genau bei dir. Davor das Windern ist wohl... Ich bin beim Runterfallen quasi mit einem Vorderrad... äh, so eine Lichtschranke gekommen. Aber das war dann egal. Ich habe mich einfach runterfallen lassen. Du kaufst eigentlich keinen Trick. Ja, hast du dich nach vorne gegeben beim Runterfahren? Vollgas. Zurück. Oh. Das war echt zu schnell. Ich habe gar keinen Vollgas gegeben. Ich habe mich einfach runterfallen lassen, und dann... ...stand ich halt richtig voll Gas. Ja, wenn ich einfach runterfalle... Mann, ey, ich Idiot, ey. Dann gehe ich kaputt. Der ist nur da kaputt. Du musst halt durch die Dinger nachfahren. Wie fällst du da runter, Despen? Ich fahre da einfach... Wie fahre ich da runter? Warum bist du jetzt kaputt gegangen? Da sind so rote Dinger, siehst du die nicht? Ja. Ja, und dann muss... Du fährst ja rückwärts runter. Ja. Wie kriegst du es hin, dass du rückwärts gerade unten aufkommst? Bist du schon weiter, Smarkey? Von der Lane. Nee. Ich war schon... ...unten bei Medikit. Also es geht dann unten weiter, aber... Komm schon. Ich geh weiter. Sag, siehst du, das meine ich. Ich hänge hier an. Mann! Okay, ich war es unten bei dem... Ja, da musst du echt... Du musst halt gut aufkommen. Checkpoint. Muss dich nach vorne lehnen, denke ich mal. Ey, ich fall da immer rein, ja. Ja, ich bin kurz... ...vor dem Checkpoint. Du musst da echt richtig langsam runter. Ich weiß, ich bin da auf die Fresse geflogen. Das ist kein Problem. Was kackt da? Ich bin jetzt auch weiter. Oh, du bist genau bei mir. Okay, ich habe es geschafft. Wie viele Checkpoints bist du weiter? Ich bin jetzt einen vor dir. Also, ich bin jetzt einen weiter als du. Das gibt's doch nicht. Hä? Wo soll man denn hier... Oh, okay. Jetzt verstehe ich. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie man unten gerade landen soll. Ähm. Ich bin mit dem Hinterrad aufgekommen. Wie, soweit ich mich erinnern kann. Ja, dann fängt der andere Teil des Stahlwerk. Smaki, wo bist du? Ich glaube, du bist. What the fuck? Alter. Achso, verschickt. Gut. Du darfst die Bremse nicht so lange drücken, ne? Warst du schon mal ganz unten, Despen? Ich bin da unten jetzt immer hingefallen, glaube ich. Boah, das ist das... Weil du diese scheiß Rampe, die letzte da oben, nicht siehst, Weißt du nicht, wann du abspringen sollst? Hä? Moin. Okay, jetzt brauche ich... Scheiße, jetzt brauche ich nicht. Ficken. Hä? Ja! Boah, ich dachte schon. Ähm. Ich hab gerade reden. Nein! Wie komme ich denn... Achso. Bist du schon hoch? Ja. Mann! Alter! What the fuck? Was? Warum explodiert er oben? Entweder habe ich einen Bug oder... Ich weiß nicht. Ich muss den... Ich muss das Midi-Pack der Feuer nehmen, ne? Nein! Äh, Rohrath? Ja? Du musst das Midi-Pack nehmen. Warum? Weil sonst du oben nicht durch das letzte Ding kommst. Fuck. Ja, fuck dich. Nice, Mann. Nice, Mann. Okay. Frank ist mal abkriegen. Ah, okay. Hm. Boah, heftige Strecke. Fand ihr einfach. Ich bin im Ziel, Robert. Ja, ich bin jetzt an dieser... Boah. Wo du hier durchfahren musst, schnell genug. Ja. Ja. Gibt's nur einen Richtigung im Moment. Ja, Laufwunsch. Ja, nicht schlecht. Ich habe da eine Eingekacke hingestellt. Nee. Nö. Schade, dass du keine Punkte noch verkriegst aus dem Hangar. Nö. 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 Nö? Habe ich nicht drauf geachtet. Echt gab es keine. Nö. Dann wollt ihr mich verarschen, Alter. Fickt euch nicht. Ja, das mag ihr 22. Nee, bei mir ist ja 12. Ohne schlechtes Thema. Sowas von Trauerheit. Sonst mache ich nie wieder Trails mit, Alter. Gibt's dir so eine Mühe bei so einer Wichs-Map und... ... das geht. Ne, ist echt ärgerlich. Verweisein ist alles. Oh, Witz. Der olympische Gegend. Joa. Ihr habt euch für mich aufgeregt. Alles klar. Hä? Äh? Ich hätt' gesagt, ich hätt' zu einem Punkt. Äh, ja. Gerade ich. Oh. Aber du wirst ja unfair spielen. Okay. Mann. Ich weiß nicht, aber genau. Nein. Ist nach vorne. Aber man merkt schon, wer hier Trails zuchtet wäre. Ja, ich geb's auch zu. Fuck. Die letzte Stelle. Ach, komm schon. Wenn ihr hier hängen bleibt, wo wir hängen, ist das Kacke. Kirsche! Keinen eigenen Spruch zu laufen? Äh, Fläumchen. Ja. Das war's, du hast in der Hose. Nein. Ja. Ach, komm schon. Du wirst dich, Alter. Ich will da jetzt noch hin. Ich will da jetzt noch hin. Komm schon. Oh, ey. Gott. Ich fand die cool. Ich hase dir das Spiel. Also Sparky hat 25 Pünktchen. Ja. Bei mir ist der 15. Bei mir ist der 15. Ich hab'n kleinen Penis. Das sagst du. Marky, ist das so? Maul. Reiz grad, Alter. Was? Du hast Kotzreiz. Ich hab' Kotzreiz. Oh. Der schmackische Kotzreiz. Oh, nein. Was mach' ich denn? Oh, nein. Danke, so viel. Ich. Nice, Schmacki. Nice, Schmacki. Ah, fuck. Ohne Scheiß. Ich hör'n wir ja so Kiki, Alter. Mann. Ja. Fickhänne. Ich kann mich ja einstellen nicht rüber. ey. Amst, Alter. Das ist der schmacki Erster. Ja. Direkt ist der am Texten. Knappe Gears. Die ersten fünf Runden hält der erst Maul. Dann meckert der am Ende der vierte Runde. Ey, krieg halt den Bogen. Hey, 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 jung. Letzte Map. 35, 34, 34. Was geht los da rein? Das bin ich raus. Weck dich. Das bin ich raus aus dem Rennen, ja. Direkt zu dem Kackenbau. Ja, mach. Komm, Schmacki. Das hat deine Freunde dann auch immer. Ja. Nein. Was ist, Marki? Wo bist du? Bei dir. Direkt hinter dir. An der Rosette klebt er mir. Nein. Nein. Checkpoint. Oh mein Gott, komm schon. Jawohl. Nein. Du bist eins. Wie viele Millisekunden vor dir, Krieger? Boah, ist das widerlich. Boah, wie viele Millisekunden waren das? Alter, ich wusste nicht, dass das Ziel da ist, ey. Aber ich glaube, Schmacki kriegt jetzt einen Punkt weniger. Der kriegt jetzt nicht 987, sondern 986. Genau, das ist ja das Geile. Nein. Das heißt, Robert, du bist ein Erster. Was? Nee. Du bist ein Erster. 43. Alter, eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde. Geil. Geiles Teil. Da war doch mal wieder Spannung drin hier. Spaß in der Bude. So, was geht los da rein, Despin? Hörst du ab. Dabei sein ist alles. Ja. Das ist... Versehen ist alles in Despin. Was? Aber ich glaube, ich habe jetzt echt nicht gerechnet, da das Ziel ist. Dann gucke ich so. Ja, Robert. Nee, ehrlich. Nee, ehrlich. Ja. Eine haben wir noch. Du bist doch der Einzige von uns, der das Spiel so sucht hat, oder? Momentan, wir waren doch alle irgendwie... Ich bin... Ich habe... Also jetzt die letzte Woche nicht, aber davor war ich schon ordentlich dabei, ja? Das heißt, täglich vier Stunden? Nein, das nicht, aber... Fünf? Vor allem nicht täglich, aber wenn ich dann saß, dann saß ich schon so fünf, sechs Stunden, ja. 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 Ja, weil wenn du einmal drin bist, wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Ja, ich habe jetzt nach der Runde schon keinen Bock mehr auf das Spiel für drei Monate. Ja, weil du ja nur auf den Arsch gerisst. Ist korrekt. Deswegen muss es ein bisschen suchten, damit du eben nicht mehr auf den Arsch gerisst. Danke für die, die Debson. Ja, aber in so vielen Spielen ist der Despen schlecht, so viel kann ich gar nicht suchten. So viel, so viel Stimmen hat der Tag. Du wolltest, du wolltest, du wolltest kein Battlefield spielen. Ich weiß schon, warum, das hat Schiss, ne? Hat Schiss? Ja. Ihr sagt ja, boah, ich bin jetzt voll der Pro in dem Spiel, ich gehe da Hammer ab momentan und du... Ja, nee, dann lass mal nicht zocken. Ich habe keine Lust drauf gerade. Tiga, hast du die Trailers gesehen? Ja. Und? Schauen wir mal. Was für ein Ding gesehen? Das neue Trials. Achso. Aber ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall mir die PS4 holen. Ich werde mir auf jeden Fall beide holen, aber... Ähm... Sollte es nicht für die PS4 kommen, wird es schwer. Hm. Aber wie heißt es heute nochmal? Ich habe den Lärm vergessen. Fusion. Ja, genau. Das kann nicht sein, ey. Ich war so weit vorne, ne? Ich suche hier Pimmel-Robert und... Jetzt heiße ich auch schon Pimmel-Robert, ey. Hart erarbeitet den Namen, ey! Tschüss, Leute. Ich fick dich in den letzten drei Sekunden. Da wahrscheinlich kommt die Intersee und so. Da ist der Smarky wieder. Danke, Robert. Nein! Das ist doch widerlich. Jawohl! Alter! Kirsche! Kirsche! Warum Smarky? Alter, war das knapp. Hast du dich nochmal respawnen müssen oder bist du da noch... Hast du dich da hochgehangen? Ich habe da oben noch festgehangen. Okay. Weil ich war zweimal an der Stelle. Ich bin das eine Mal dann genau da, wo du hingst, bin ich dann auf die Fresse geflogen. Dann habe ich aber gewusst, worauf es da ankommt. Na gut, kann ich mich noch von Krieger absetzen. Der Spruch, ich möchte nur betonen, der Spruch kam nicht von mir. Ja, Pimmel-Robert. Warte. Ja! Oh, Mann. Na gut. Glückwunsch an Robert für den Tagessieg. Besten Dank, der Erste! Jawohl! Ich habe es euch versprochen. Ich habe es euch allen versprochen. Und ja, dann beim... Also Pimmel-Robert, ne? Ja, besten Dank. Ich ändere meinen Namen noch hier um. Dann an den Bukakis-Schmacki, vielen Dank. Was ist denn das? Du bist Bukakis-Schmacki. Ja, ich weiß. Ja, weißt du was, danke. Dann an den DNF-Despin. Super, tolles Spiel. Ja, und euer Fotzen-Commander. Tschüss! 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 Tschüss!